Die Impfkampagne am Grand-Duché Die Impfkampagne ist bis zum 20. November verlängert. Alle Jahre gibt es um die dritte Sonde des November all die Menschen, die durch ein Verkehrsakzidenten gekommen sind oder die Liebe sich dadurch beeinträchtigt hat. Allerdings in diesem Jahr sind schon 42 Menschen dabei zu den Straßen umgekommen. An einer Erinnerungszeremonie sind in der vergangenen Sonde 200 Beben geplant, für den 200 jungen Verkehrsaffer von den letzten 15 Jahren zu gedenken. Auch in einer Etüde von der Universität Treja aus der Viergang, dass Treja viel mehr eine große Unzählungskraft auf Lützebäuer ausübt, wie zum Beispiel Metz oder Sabriken. Die Etüde hat festgehalten, dass Lützebäuer besonders gerne an Hefisch auf Treja fahren, für zu shoppen oder einfach nicht mehr für Bummeln zu gehen. Und das auch nach dem Allerleibsten am eigenen Auto. Privatgründen oder für Aktivitäten sind auch nicht mehr selten. Privatgründen Musik Untertitelung des ZDF, 2020